Okay, der Tresor ist hier. Wahrscheinlich spawnt jemand hier und hier. Ah, ich weiß nicht genau. Müssen wir mal schauen, wie wir jetzt hier am besten vorgehen. Der Tresor wäre schon nicht schlecht, aber ich höre schon. Mann. Es ist nicht so einfach, diesen Mörser so zu positionieren, dass der mir schmeckt. Wo ist der Dude denn hingerannt? In welches Haus? In dieses Haus. Ich sag's euch, ich hatte Ladehemmungen gerade zwischendurch. Hilfe, Alter. Die L86 hat Ladehemmungen, ich sag's euch. Zwischendurch will die dann einfach nicht mehr schießen. Das ist mir jetzt schon so oft aufgefallen. Was für ein Pusher. Okay. Wo sind denn wohl die Schlüsse, äh, die Schalter? Hier ist einer. Wo ist der Zweite? Hier links. Ja. Hopp. 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 Telefon ist so ganz anders. Okay. Wurde das geöffnet? Ich glaube nicht, aber ich weiß es auch nicht. Hopp. 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 Man, wir hätten schon gut eigentlich noch die Häuser durchsuchen können. Vielleicht wäre da auch noch eine blaue Box oder so, aber ich glaube, ich hau jetzt erstmal ... Ich hau jetzt erstmal ab hier. Ich werde verfolgt. Hier jemand gehört? Ich habe nicht mehr viel Munition, ey. Ich werde nicht mehr. Alter, was geht hier ab? Ich meine, ich brauche vielleicht auch nicht mehr so viel Munition, aber jetzt wird es schon langsam tricky hier. Ich werde nicht mehr so viel Munition machen. Nein, mach doch richtig. Er ist hier lang gelaufen. Auf links. Okay. 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 Junge, Junge. Was für eine Runde ist das denn hier schon wieder. Let's go. Ja, ich muss mal kurz gucken. Ich habe doch da auch noch einen Kill gemacht. Ich muss erstmal klarkommen. Ey. Alter, was? Was ist hier los? Was? Wo war denn der Kill nochmal? War der nicht hier irgendwo? So. Wie war das? Der hatte hier... Da. Da. Hinter so einem Stein. So. Lass mal schauen, was der hier für Waffen hat. Ja, okay. Nee, ist okay. Der hat leider auch keine Munition für mich. Wo ist der Schatz? Perfekt. Hier. Ich glaube, da gehen wir mal eben vorbei. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Ist der weit weg? Ja. Aber es reicht, um einen Pen zu fetzen. Ich habe vier Pens. Wir benutzen die natürlich jetzt auch. Wir haben jetzt nämlich auch nicht mehr so viel Zeit. Ach Mann, shit. Shit. Okay. Okay, die AKM ist halt nicht so gut. Mann, das passiert, wenn man sich so richtig unbesiegbar fühlt. Dann passiert einfach genau das. Ah, man, dabei lag er da so gut. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Es ärgert mich. Es ärgert mich. Ah, naja, okay. Egal. Trotzdem, ja. Wenn man sich unbesiegbar fühlt, dann kommt einer und schießt einem mit der Pistole in den Kopf. Das haben wir aus dieser Runde auf jeden Fall gelernt.